Ich habe jetzt auch endlich einen Creator-Code und zwar arianfn, den könnt ihr ganz einfach im Gegenstandshop eintragen und mich damit kostenlos unterstützen. Und ja, los geht's mit dem Video. So, das neue Update ist da. Ich habe es ja noch gar nicht gespielt, außer vorhin kurz gestreamt, aber da habe ich die neue Sniper einfach nicht gefunden. Also ja, auf jeden Fall ist jetzt eine schallgedämpfte Sniper im Spiel. Ich bin mal gespannt, wie sie sich anhört und wie viel Schaden sie dann macht. Und es gibt einen neuen Modus, pures Gold. Den werde ich jetzt spielen, weil man da die Sniper leichter findet. Ich habe vorhin eineinhalb Stunden gespielt und nicht einmal die Sniper gefunden. Deshalb müsste es eigentlich in dem Modus leichter sein. Das war Duos, aber dann spiele ich jetzt einfach Solo versus Duo. Und ja, los geht's. So, ich gehe jetzt einfach direkt erste Runde tilted. Ich werde zwar bestimmt direkt am Anfang sterben, aber ist mir egal. Also ich will einfach nur die neue Sniper finden und sie ein bisschen ausprobieren. Ah, da liegt eine Shotgun. Wo sind die denn alle? Nein! So, nächste Runde. Ich gehe einfach mal chillig hier Salty. Ich gehe mal hier hin. Ich lande irgendwie immer, wenn ich Salty gehe. Geiler Loot auf jeden Fall. Bestes Haus. Ich hatte noch nie so gut Loot in dem Haus. Aua. Oh, er ist so süß. Ich finde ihn schieben mal nicht. Was macht der da vorne? So, hier noch ein Mad Kid. Bro. Und kannst du mich bitte durchlassen? Danke. Okay. Ähm, ja. Nächste Runde. Ich versuch's mal in... Ich gehe mal hier zu den Häusern. Sonst sterbe ich vielleicht nicht direkt. Äh, ja. Nach Retail gehen auf jeden Fall ein paar. Und da ist schon mal ne Pump. So, jetzt brauche ich nur noch Schild und... Schallgedämpftes Scharfschützengewehr. Alter, sieht die schön aus. Alter, hört sich das geil an. 105 Schaden. Okay, in Gold. Ich glaube, die müsste es in Gold und Lila geben. 105 Schaden. Ich schieße mal einfach, wie sich das anhört. Alter, ist der Sound geil. Das hört sich an wie... Das hört sich irgendwie an wie ne Wasserpistole. Keine Ahnung. Okay, aber ich hebe mir jetzt noch die Muni... Äh, für Gegner auf. So, ich schau mal, was den Zolti so abgeht. So, wo ist er jetzt? So, ich möchte keinen E Anti-Shirt. So, jetzt... Io Kopi. So. Wie. so kurz medikit nehmen oder kommen neue gegner was ey wie geil ist die sniper denn warte was oh der nacker ja ok das war die zone aber auf jeden fall richtig geile neue sniper könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie ihr sie findet och ne bitte nicht die endzone bei diesem eis ich hasse es so bei diesem eis oh nice gegen was nehme ich das jetzt mit das medikit ist eigentlich auch wichtig komm scheiß auf die p90 ich fühle mich irgendwie gar nicht gut hier so im offenen rum zu laufen also ich hab mich so erschrocken einer von denen ist auf jeden fall genockt kann er ihn noch wieder belegen ich würde gerne noch äh einen snipen an 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 Nein, kein Bock, dass er mich runterschießt. Oh, ich glaube, ich lasse am besten das Zweierteam gegen den Solo fighten, das wäre glaube ich jetzt das Schlaussen. Tja. Okay, nur noch eins gegen eins. Hey, was machst du? Hier rumläuft. Boah, ich liebe den Tanz. So, das war es auch schon mit dem Video über die neue Sniper. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne den Daumen noch unterlassen und vergesst nicht zu abonnieren, um nicht mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.